20er nach rechts raus 20er nach rechts raus 20er nach rechts James In 2 Ranks fall in Bisschen Tempo holen Chop 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 nachladen Teppich ausklopfen Irgendwann teppich nicht aus Salah Das matter könntest du da eins nach vorne gucken Dann kommen sie nach vorne Einer steht in mir Und laden Laden, laden, laden Oh mein Gott so viel vieles Das ist die Rucksackbrigade Die haben alle hinten so dicken Rucksäcke Ja James, da siehst du mal die Sacke, das ist nur noch was Was ist jetzt der Preis? Unglaublich Lass du mal noch eins aufrücken Habe ich's doch schon Achso warte mal, der First Lieutenant ist der erste Schreib's mir Das betrifft deine Haarfarbe Chris ist der erste Mann Ehhh Ja da müsste ich doch eigentlich einen weiter hinten sein Weil der Käpt'n doch noch vor muss Ja genau Willkommen Ja Ja war ich doch Ah ok Los Kuscheln Jungs 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 Steht schon irgendwie immer dahinter Das ist Wohl ich grad dick genannt Ja vom Weber Horizontal benachteilig Achso Schwer dicker Ich lass uns nicht so Wir konnten uns ja theoretisch einstellen Prepare to move out Prepare to move out Company, Bifatts le- äh Counter March, Bifatts left Counter March, Bifatts left March Fokus Fokus Lass mich auf einem Doppelbund Hoh Kuba Kuba Minimal I'm sorry Aber nur minimal meine Laufrichtung geändert Eieieiei Jetzt ist das wieder so am Längen für mich Krass Da hinten steht unsere Fahne auf dem Hügel Seht ihr sie? Ja Ja Deswegen ja Ich habe nachgepackt Das sieht schon toll aus Und auch in die Kacke Was für eine Fahne? Screenshot machen Legs auf dem Weg Da oben Südosten Südosten Ähhh Ich will ja nicht verrückt Screenshot machen Soll ich mal erfahren? Genau warte Company Counter March, Bifatts left Counter March, Bifatts left Counter March, Bifatts left March Muss ich hier mal vorne stehen, alter Mach nicht ganz die 180 Grad Ist das ein Counter March? Ja 1, 2, 3, 4, 1 Company Out Out Front Front Entschuldigung So, also Wenn es jetzt gleich nochmal ein Reset geben sollte Und es dann live ist Am besten sammeln wir uns dann die Direkt hier Ja, aber So verstanden Aber ich möchte kein Wieser mehr Wewe ist das jetzt in unserer Position Wir müssen noch einen Weil die Amis noch stehen Ja, das ist ja Halten bis zum letzten Mann Ähm Bist du Patrono noch viel weiter Wir sind irgendwie ein Stück weit Das Backup für die, die irgendwie Inullérie weil die amis kommen vag aber wir sind die drücke einheit also ist das jetzt so richtig dass der tgv das oberkommando 20 senior kompanie flasphemie es gibt nur einen gott und das ist hinkel aber ich das nächste mal bei der beförderung reinschneiden dann kann mich zu ehrenhalber machen wir machen das ehrenhalber mit danke ich habe die tasten vergessen die vergrault meine viewers halt die fresse das habe ich getan ich höre irgendwie nicht zu ja irgendwie herrschen gerade überhaupt nicht zu was die labern egal wir halten diese position ist ein geist spartan was ist euer handwerk müssen wir auf der schräge stehen bleiben ja warum ich so frage ich falle gleich nach vorne ich will die flaschen grüttenschnellen sicher ich will eine flagge die alle zwei truppen stellen warum stehen wir jetzt noch wieso macht eigentlich keiner die bahn frei wenn wir bahn frei ich muss mal wir sprechen kein deutsch lass laufen make way bahn frei weis eigentlich einer von euch was hast du auf den gültenschnellen nachstellen soll eine ananas ich will das nicht soll gegen die werge gelaufen bist du gerade kaiser weis nicht die ananas company die gültenschneiden sind aus das werden sie auf holz hat die ananas nass ich sehe es nicht nur ich sehe sogar auch den inhalt die sind aus holz ein bisschen was mitgehen lassen wir sind die holland truppe mein messer ist auf stein hollandia was sieht hier in der grössing aus hast du einfach kein radio gehört ja ich muss sagen holland heißt niederlande was ist radio was ist ein radio komm nur auf den teil in holland an dann kriegst du stress wenn du sagst hamster mit dem damm ja alles schön es gibt auch eine andere bundesländer in holland zusammengefaltet der teppich sieht auch sehr schön aus frisland vom moment ja ich sage bei mir ist eigentlich alles voll aus sag ich's für an frisland in holland das wäre auch gut was mit schnappsland nein ja ich kann es eigentlich nicht ja übrigens einer der lacht selbst ich hab nicht mal gelacht das ist ja egal aber wenn ich den nicht aufmachen da kommt mir so eine schweißfront entgegen schweiß was wird das habe ich gesehen siehst du diesen finger das ist der finger des zons also hör auf der ist dreckig sollst mal hände waschen kann der sergeant major neben mir jetzt werden wir gleich erschossen kniet gott ist da kniet ich hab kein befehl gehört ich bleib stehen treuer gott jup frisland ist da also er hat nix gedacht neil preiset und verlobt den herren preiset den herren ich glaube nicht an gott gott ist gegen uns oh oh sag ich doch gott ist gegen uns runter gott ist mit uns kniet nieder vor dem herren ist guck mal ja mein ort guck mal ja jetzt kann hinzu uns doch mal ne art eigentlich wollten wir das lied ja um dichten von wegen auf verhinkelt und die freiheit ja wollten wir das natürlich wollten wir das ja natürlich so irgendwelche religiösen lieder ok oh ey ja ich stehe mit meiner linke ruhe pssst so wir wurden falsche informationen gegeben hörst du mich ja jawohl gut also da wo du jetzt gerade die fahne der 18 siehst in die richtung richtung was ist das dann wow einfach unterbrochen einfach so bumm weg mit einer stadt einfach unterbrochen wie eiskalt ey ohne gnade schweif die zu schweif die die schweif die 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 auch die die ich stehe diesmal nicht in der ersten linie kanzler links mein platz geweck steht niemand in mir drin sie wurde ein bisschen rausgepuscht für mich gucken wie viele es vergessen haben gucken wie viele es vergessen haben ja fast die ganze company hat es vergessen und bayernet zu fixen ganz ganz ruhig füßel ins arm ist gebrochen schon wieder ich mach daraus ein highlight nur so als info kaiser das ist der kopf also alles kaputt teufel teufel wo ist der rieber der rieber kommt ja schau mal wie fiss du sieht das noch jemand so vorgelagert an der nächsten steinformation seht ihr die achte form 8 und 18 gehen vor werden dort zwei drei salven austauschen werden sich dann zurückfallen lassen auf die steine halblings vor uns heißt wir halten erst einmal ein bisschen das feuer kaiser hallo sonderauftrag auge auf rechts also rechts am holzstaat vorbei ein bisschen richtung nordost ja nord-nord-nord-oost ich versteck mich so aus genau aber so ich überwieg mir alles so seid ihr bereit immer haben ja zu sterben natürlich zweite reihe schritt bei rechts nicht vergessen so für die leute die verrecken hinter uns ist die fahne bei den 52ern ihr schließt selbstständig nach vorne auf wenn ihr auf der fahne spawnt so verstanden alles verstanden sollten wir verlichtet werden werde ich oder irgendwie groß geschlagen werden werde ich im teamspeak sagen so jawoll wir sind die 20 so dass passiert so hey kaiser machen wir auch ne Ding was kaiser macht schon seine arbeit das wird nicht so sein kopf noch mehr drehen ich darf da wohl im sitzen arbeiten sonst wir haben nur einen verstellbaren schreibtisch lassen home office aber ich sollte doch dabei stehen das gewehr hängt bei der frisse ich muss vielleicht aus dem rallye rausgehen du siehst du mehr das geht mir vor auf den sack ja komm ihr sitzt doch bei uns alles klar ja ist ja egal ist ja ausgeglichen tatsächlich geht weber ja du hast ja glaube ich ein paar mal gegen die armys schon gespielt irgendwas was ich wissen sollte gegen bei denen wir machen viel wololo und renn rein und massaker ach so also wololo also muss ich jetzt aufpassen dass keine Leute konvertiert werden sehr kassive spielweise ja und wenn sie sich irgendwo festzusetzen skirmischen die auch sehr gerne machen ok mit absoluten hass ich habe es ja jetzt fressen werde ich irgendwann hier auch für das absolute skirmisch massaker ausrufen und dann wird hier nach diesem schweiß vollstaat ja wir da durchs noch skirmischen leute ist immer schön oder mindestens fünf ja mindestens ich habe das maximal ne mindestens weil die amerikaner haben zwei leute die steine und den wagen da hinten mit einzubinden in die vorderlichen äh das schauen wir denn hier nachdem wo der feind steht ja ok weil das sieht irgendwie so relativ perfekt das ding ist halt wenn also schlagplan bewegung voraus von letztem mal ähm feind kommt links durch diesen weitabschnitt also von vorne und von links quasi äh die achte direkt norden an der steinformation wenn du auch Glück hast vielen Dank viel Glück und lass dich nicht vernaufen ballern ne weiter links weiter links weiter links ich hab noch keine schüsse gehört wo der daumenrechte ist anderes Norden Nordwesten Norden und Weiß aber er hat auch ganz schön geleckt gerade der vergeht und wir nie wieder der leckt auch jetzt schon der sterbe der server leckt gerade ungemein ne ich wirklich für mich gerade nicht für mich auch nicht es geht jungs es geht haltet stand ich hab ja am schießstand vor übelste probleme wenn wir den Link überleben ist das Spiel halb cool ja das war der Regen Frontrank könnt schon mal zum Media Modus gehen Frontrank 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 wir sind noch nicht im Gardecans wir schießen brennen in Seifen aktuell ja so verstanden sowohl ich bin nur das ist die zweite Reihe vielleicht schon ein bisschen Skorpion wir sind mein Freddy das sieht cooler aus das war knappe das sieht cooler aus ist auch deutlich effektiver weil dann brauchen wir nur noch anlegen anstelle noch das die Gewehr von der Schulter runter zurück solange ihr alle auf den Lücken habt ist alles ok ich will wie den Kopf geschossen werden ich mach mal kurz ich auch nicht Andreas Leber drehe dich zu mir beruhigt euch ja danke soll ich noch den Mittelfinger hin ne kommst du da 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 ich glaub das war ich glaub das war ich glaub das war der erste der Gehalt kommst du da kommt der so ne Servernachricht das war der von der achten genau da war der einsame Hände die andere Linie wird bestimmt jetzt komplett oder die anderen zwei Linien kommt die erste Reibe die sich komplett überrollt die Bewegung rechts von uns über rechts rechts also links ja da vorne Nord-Ost da sind auch Verbündete wir schießen noch nicht ne das ist ein Aberkauer darf ich kurz zu der Hörner in die Steine gehen dann seh ich's gleich mach mal lieber ja wenn ihr doch jetzt weg dann lass ich ihn nicht schicken alles gut und schon rennt er weg und Jungs bei Sichtkontakt Himmelsrichtung nennen genau immer dran denken ansonsten Kommunikation gering halten die sitzen die sitzen die sitzen die gömischer Nord-Nord-Ost auf den Seiten stehen sie alle ja da könnt ihr ja ruhig stehen die können uns von da Warnere im Nord-Nordwest ja im Nord-Osten Indiane Indiane ja ähm Nord-Osten im Wald bewegen sich nach rechts ca. 30 Nord-Ost Nord-Ost ja ne 30 bis 40 Leute da ist ne riesen riesen äh Linie lang gelaufen weber der Rest ist Nord-West-Nord ne 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 noch weiter äh also die sind jetzt ungefähr im Osten okay Kaiser Meldung nach vorne wir kriegen zwei Einheiten über die rechte Planke eine große Linien und irgendwie so eine Skirmischer Truppe Richtung Nord-Ost Nord-Ost also Nord-Nord-Ost und noch weiter rechts zwei große Linien eine große Linie und eine Skirmischer Truppe und wir wissen ja okay an wen egal ich gehe an die Acht und Achtzehnte Fahne Nord-West im Wald bestätigt auch gesehen ja yo Bewegung Richtung Nord-Ost ja das können auch unsere sein das sind unsere das sind unsere da fangen wir zurück die fallen zurück oh Schlag der Giganten ne die sollten macht bestimmt jetzt gegenseitig Meldungen und jetzt werden sie bestimmt kein Fahne schwer auseinander oder da kommt noch ein dritter Melder dazu das wird jetzt noch wir werden jetzt auf der Straße erschossen Jo das wurden Informationen ausgeschlagen Wehrschläger eingeschlafen schluss von uns äh hier er kommt weindliche Infanterie wo smith kommt mit smith kommt mit smith kommt mit ist wohl bekannt ist bekannt wir sollen uns anscheinend soweit ich das jetzt mitbekommen habe drum kümmern aber da kommt grad der smith vielleicht sagt er uns was äh weber ähm bitte mal die Straße runterrücken und äh zur rechten Seite von der Achtzehnten aufstellen und dort mal mit unterstützen bitte äh rechts an den Steinen ist eine größere Skirmischer Gruppe und oben rechts jetzt schon ist eine große Linie wurde mir gesagt mindestens 30 Mann wurde mir so geschätzt okay dann einfach hier Position erstmal halten weil irgendwie kam jetzt grad also wir haben ganz oben rechts am Lettland haben eine Truppe und da an den Steinen in den großen da sind Skirmischer und oben rechts steht der Offizier in die Richtung oder was genau da oben steht eine große Linie und weiter links da diesen großen Steinen den Baum siehst äh dann war das Skirmischer gut dann Kommando zurück dann hat sich erledigt gut die Achtzehnte die musste sich jetzt grad hier vorne hier zu eurer Linken schon zurückziehen weil da vorne grad schon eine riesengroße Linie stand die sie grad fast komplett zusammengeschossen hat okay wenn wir die Linie sehen dann sehen wir auch das Feuer Feinfahrene Nord West die bewegen sich nach links Feinfahrene Nord West Feinfahrene Nord West Feinfahrene nach linksseitig äääh die ganze Linie mit Flagge linksseite links ist ja noch eine Achtzehn vorbei erkannt feinfahrene Nord West Take game Nord West take game auch pass er ist ein Eiische er ist ein Ei Ice Das sind unsere er liegt dahinter er ist noch nötig Keine dann besteht aber noch mit dem Schussweg jetzt Ich prüfe das mal. Nicht auf unsere Flagge schließen. Nicht auf unsere Flagge. Sonst guck erstmal kurz. Recover Arms. Recover Arms. Käpt'n Weber. Weber, hier siehst du rechts kommen dort an den großen Seiten laufen so gerade davor. Ja, das ist bestimmt der skirmische Gute. Ja, und wir haben jetzt die 30, 40 Mann haben wir auf der ganz weit rechten. Auf der ganz weit rechten Voraus. Also die sind schon am Ende. Die machen noch nichts, oder was? Ja, die stellen sich da gerade aus. Also da kommen jetzt ein paar Leute angezeigt. Brauchentwicklung im Westen. Was steht das? Die Acht ist ganz links, die wird da vorne nicht sein. Da, Gegner gesüchtet, Nordwesten. Die stehen in allen Seiten. Nein, einzelne. Weber, Feuer bitte? Ja, macht Feuer. Wir schießen davon. Großer Stein, Nordwest. Ihr seht das Mündungsfeuer. Fahr. Wir laufen Team Kill. Team Kill. Kannst du mal durch deinen Handlers gucken, ob hinter den Geschützen dort dort Feinde sind? Wagen dort Ost, Feinde. Die müssten mal wegmachen dort. Einzelne Feinde auf den Punkt. Weiteres Girmischer hinten bei den großen Stein. Der Punkt wurde übrigens gecappt, ne? Zweite Reihe. Nach rechts an die Steine. Das ist Girmischling. Ich wollte die Leute vom Punkt runter. Erste Reihe. Nicht begriffen! Begriffen! Begeeeem! Warum? Benutz den Stein als Deckung, ne? Benutz den Stein als Deckung, ne? Ah, Scheiße! Da hat's mich rausgeschossen, gerade wo ich mich hingekniet habe. Natürlich bin ich in Skirmishing denn gestorben. Ah, das ist Mist. Egal. Ja, wir haben gerade einen verloren. Also zwei insgesamt. Ich spawne mal lieber an Armeen und rück so nach Komm die Zeit war aber schon vorbei ich wollte schon sagen Nice wir haben den Punkt wieder 100% für uns So verstanden gebe ich weiter Ja und Harrods an sich ich weiß nicht wie weit ist und welchen Flanken auch möglich Mal gucken ob die da hinten noch leben Meine Kameraden Scheinen noch lebendig zu sein Lost wieder da Verstanden Sind die immer noch da oben? Oder wo sind sie? Nur links und anscheinend Die rechts sind tot oder was? Wir können den Stein hinter uns auch gerne mit einbinden Ich weiß halt nicht wo der Feind sein soll Ja hier Links am Stein vorbei Sicher kann Nord-Ost also in die Richtung Bei deinen Kanonen Guck einfach wo ihr hinschießt Ach da hinten okay alles klar Ich seh bloß nix Ah da rennt einer Da waren Da waren scheiß Melder Richtung Nord Der ist gerade von rechts nach links gerannt Da rennt der scheiß Melder immer noch Wald Ja Westen Ja ihr seht da unten im Was ist das? Nordwesten läuft da oben Nordwesten Direkt nach dem Baum Da ist da da Nordwesten 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 Da hinten beim Feld Rischung Nord-Ost Nord-Nord-Ost Nord-Nord-Ost Da hab ich Was? Bajonett runter ne? Achso ja mach ich gleich Wir müssen Deckung zum Nachladen Wir brauchen jetzt ja keine ungeblichen Verluste Gut dass ich mich in die Knietaupe Der Schuss gegenüber mein Kopf weg Der Rest noch information Ich fühlst das in einem mit der Bistolen Jago landt aber dahinten nach Oh ich hatte grad 3 Das ist entfernen Star Abhängig Nein Ja Zieh Tu Mach Ja Ne Ja 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 Ich mach keine Erst wir haben auch so rote hauschen wie wir ja sind es komisch was bestimmt aber stehen wir ganz gut so weit 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 Die jubeln, Nord-Ost. Ja, gute Nacht. Danke auf jeden Fall fürs Vorbeischauen und danke für deinen Tipp. Link umgesehen. Äh, 20er, zugehört. Ich hab gerade schon jemand gesehen, wir sind dort Westen im Wald. Die werden wahrscheinlich wieder links umfassen. Habt einen Blick mal drauf. Jawohl. So verstanden, ja. Warum haben wir denn nicht so gut, dass du vieles gehst? Wir waren doch gerade nur 5. Ja, weil die meisten gestorben sind von der anderen Linie. Komm, die Fahne muss man stehen bleiben hier zum Sport. Wo steht der Westen? So, Jungs, Feint bekämpft. Im Swing, wollte ich gerade sagen. Zwei Linien aufzunehmen. Die verlegen, die verlegen nach links, die verlegen nach links. Ja, wir verlegen gleich mal nach rechts und werden eine stehende Linie oben wirken wollen. Ja, Weber? Ja. Warte, Feint im, ähm, Osten. Ja, ich wollte ihr Feint attackieren, ja. Richtung Osten, Feint. Feint bewegen, West, nach West. Osten ist wichtiger im Augenblick. Die umkreisen uns. Du schießt die Leute im Osten, die stehen auf freiem Feld. So, start. Schieße! Ja, super toll. Bin schon oft verkackt. Stürmen. Sehe nichts mehr. Kann auch gerade nicht wirken. Die bleibt mal hier. Ohja, die stecken ordentlich auf den Arsch, da? Ich glaube, links ist soweit mal gut. Ja, das geht. Ich mag die Uniform überhaupt nicht eigentlich, aber was soll's? Danke. Man kann sich das nicht aussuchen. Wirklich. Gerade in so'n Skirmish geplanten. Schönes Entdeckung gehen fürs Nachladen. Muss man nehmen, was man nehmen kann. Beziehungsweise muss. Feint. Bewegen die nach links. Also jetzt Richtung West. Die verlegen nach West. Ja, das ist mal einzeln. Ah, was? Ja, was? Laufen die alle out of line? Ja, die laufen alle out of line. Ja, die laufen alle out of line. So viel zum Thema, nur fünf Skirmish. Weißt du? Hä? Was denn von der Regel weiß ich nicht woraus. Da kommt der Feintlinie Norden. Nord-Nordwest. Richtung Nord-Nordwest. Richtung Nord-Nordwest. Ich bin down. Siehst du den Dickenbaum? Genau. Von da schießen sie. Links von den Dickenbaum. Oder was das ist. Oder Fels. Genau. Nord-Nordwest. Und weiter links ist eine Flagge Richtung Nord-West. Nord-West-West. So, Richtung Norden. Wir sind halt nach. Da siehst du teilweise. Verlängung der eigenen Beuys. Wir haben Steinformationen. Sind da vereinzelt und da oben ein paar mehr. Nord-West steht die Linie hier. Ja. Mit Flagge. Zwischen Nord-West. Sind da vereinzelt und da oben ein paar mehr. Zwischen Nord-West. Stehen alle. Husser. 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 Fürs Lieutenant. Nord-West-West ist eine Feinflagge mit Linie. Hier bitte? Husser. Nord-West-West Feinflagge mit Linie. Ja, warte. Husser. 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 Hğlußen wir mal hinterm Stein gehen, hinter Kroßen. Husser. Ja, da musst du aufpassen, dass sie nicht aus dem Nord-Osten weggeholt wird. Ach du, Nord-West. Hambaanusch. 93 inim Problem. Husser. Hi, Moment. Nordwestwest einzelne Skirmischer hinter dir die Bäume Linie verschiebt von Westen Richtung Norden Da ist eine Flagge Nord-Nordwest ist Feinflagge mit Linie Verschoben von links nach rechts Flage läuft gerade über Norden hinter dem Bügel rum Richtung Ost Richtung West? Ne Richtung Ost habe ich gerade eine Fahne gesehen Ah ja da läuft wieder einer an Buhiger machst du mal Richtung Nord-Osten ein bisschen in Auge Ja Linie verschiebt weiter Richtung Norden meinte ich schön Da steht eine ganze Feindlinie Richtung Norden Da steht eine ganze Feindlinie Richtung Norden Ja ok, da ist jetzt ziemlich viel Ob jetzt fürs Nachladen hinter den Stein Verstanden Die verstecken sich hinter den Stein und machen auch dasselbe wie wir Ja In Nordosten dürften sich Sirmisches bewenden hinter dem Stein Hinter dem Stein ok, ja ok aber die bewegen sich tief auf unserer Position oder? Ja die bewegen sich Ja das ist die Linie vor uns Richtung Norden Ja das ist die Linie vor uns Richtung Norden First Lieutenant down First Lieutenant down Flage ist zwischen Nord-Osten und Drosten Boah, so dumm hier würde ich immer wieder koren Ja die wollen uns tot haben Achtung, ach vielleicht Bajonette gleich bereit Achtung Die chargen doch locker gleich Die chargen Bigs Bajonette Jungs Die kommen zum Punkt Aus Norden Nee die gehen an die Chippen Die sind schon neben uns Ja die sind schon hier Er ist tot Er kommt noch mehr Er kommt noch mehr Er kommt noch mehr Stich diese Pisse ab Schießen nicht schießen Wait Nhifa Zweorns Wie kommt die Die drei Die Ich glaube wir haben gegen gehalten. Der Punkt wird nämlich nicht gecappt. Laden und Bayonette! Wie sieht es ganz gut aus? Wie sieht es bei euch aus? Ich denke der Counter-Charge hat gehalten und kein vernichtet. Okay. Dann bringst du das ganze Hecken-Core. Alles gleich, ich sag erst mal Bescheid. Bajonette! Ich habe gerade eben gehört, dass wir wieder chargen. Zwei reinbilden wir uns. Die zweite Linie auch zersplittert, die der nachgecharge hat von dem? Weiß ich nicht. Kann sein, bestimmt. Die ersten waren ja nicht wirklich existent als er rein kamen. Und die danach, weiß ich nicht. Ja, die haben sich ja den Kirmisch anschauen. Gebärdung aus! Gebärdung aus! Gebärdung aus! Gebärdung aus! Der Double Quick! Forward March! Der Double! Der Double! Masj Gef und Hutdung aus! Der Double Quick! Nachfrage Sekunde und der Double Quick! Nicht EIN Headshot! Nie und nimmer. Siebel, das kann sein. Okay, wir gehen wieder wandern in die Loks. Ja, wir gehen wieder voran. Es ist alles Holz. Ich glaube, wir gehen mal auf den Holz. Ja, das ist uns gerade egal. Company, out! Hold! Right face! Right face! Wer rausgedrückt wird, wieder. Linien, zwei Reihen, make ready! Linien, zwei Reihen, make ready! Schönen, schönen... Take aim! Jungs! Great face! Nicht da links gucken! Steak aim! Feier! Hoppe die haut! Will out! Fallen gerade in der Odequickung. Ich bin schluss. Okay. Feind steht in Nord. Webel, Stein, links im Stein. Ja? Willis! Will out! Wir gehen über die massierte Gruppe. Super! Mein Left rest machen! Wir sollten auf den Skirmisher ja. Company! Aim! So! Wir gehen! Wir gehen gegen Druck auf der rechten Seite. Okay. Fall of Slap! Feier! We're out! Der Spader, der Rest der 18 kommt. So, einige Skirmisher mit Fahne Norden. Ja und du sollst ja den Gefehl nicht spammen. Deswegen. Ich glaub die ganzen anderen Locks können das nicht sehen, oder? Die Linie gerade halten, Mike. Ja wir müssen mal komplett alle meinen Left-Dress machen und es sind keine zwei Reihen mehr. Dann schieß nach Nord-Ost. Left-Dress. Left-Dress. James, Walter, Gilbert, Henke, zweite Reihe. Aufschließen. Andreas auch zweite Reihe. Chop, 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 das geht schneller. Ich bin dauernd. Feuer. Rene, wir sind nicht im Independent Fire. Da kommt das nächste. Nächste Linie. Nächste Wille kommt. Jungs. Laden, laden, laden. Weiter laden, weiter laden. Oh shit. Oh da kommen sie. Aim. Feuer. War aber kein Headshot. War kein Headshot. Entschuldigung. Gerade dann Speiche verschluckt. Das war kein Headshot und ich wurde nicht gesäbelt. Verluste. Schwere Verluste. Manometer. Und jetzt kommt der Gegencharge. Ne, da sind mir zu viele. Jetzt wollen wir wieder hinten. Na, ich glaube wir halten das aber. Ich glaube die müssen mal eine neue Taktik machen anstatt immer rein zu rennen. Oh, Private Minimal Fox von der achten AL wurde wegen Team Damage gebannt. Hui. Tja. Pech. Da hat er seine Kollegen nicht erschießen. First Lieutenant. Gleich wieder nach vorne, ja. Wo ist denn der First Lieutenant hin? Ah, der steht hier. Ja. First Lieutenant. Befehle. Scheint den Gedanken verschwunden zu sein Sergeant Major. Wie war's? Eine Bayonette habe ich gehört. Direkt in 2 Ranks fallen. Darauf habe ich gewartet, auf das 2 Ranks fallen. Ja Jungs, Laden und Bayonette. Oh, Captain ist da. Jetzt werde ich in Sergeant Major reingedrückt. Ja. Warum schiebt der denn hinten so? Dann gehe ich eben außen rum und stelle ich hinten an. Ähm. Da ein Gage überträgt die Gassen? Ja. Dann liegen wir gut in der Zeit Jungs. Alle Laden und Bayonette drauf. Zweite Reihe mal ein Stück nach vorne aufrücken. Schönen kuscheln. Und die Tasche berühren. So Rucksack. Ich kann Bayonette nicht aufladen so. Ja, wechsel nachher nochmal zur Masche. Ja, dauert einen Moment. Ja, du bist auch so ein Mimimi. Ganze Lern nach vorne ran. Kompatiii. Ette Double Quake. Ette Double. Moment, jetzt geht's. Okay, jetzt warten wir. Hi! Digital T-Stacks fail. Nicht einschlafen Jungs! Lief nicht mal abgesehen, also? Also, kìnhYeah! Jungs! Ja, und betronen sich schon jetzt um. Norbert. Anon! Raus aus unserer Linie! Sorry! Komm Jungs! Bleib von Krippet an! Schnell, schnell! Schnell, schnell! Komm Jungs, mit ran an der Linie! Auf die Linie, Jungs! Ein Feder, zweite Reihe, mit mehr schnell! Wir halten jetzt erstmal hier, und sichern Richtung Norden ab! Nicht viel! Feier halten erstmal kurz, erstmal organisieren! 1-0 Feindbewegung im Norden! Macht erstmal die Linie schön! Am Steinhofen! Am Steinhofen! Ja, Steinhofen Nord-Ost! Zu Ost! Feind zu Hanau! Fire by... Reond! Nerf! Reond! 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 Schöne Seite! Reond! Weihalten! Take game! Wartet noch! Wer soll zu uns kommen? Alles gleich! Reload! Reload! Ziehen Richtung Norden Wir kommen gleich aus dem Norden wieder rein Sollen sie da sein? Da können sie sonst nichts Wir haben noch 13 Minuten die ganze scheiße Stadtseil Wir schaffen es, will doch ja Und wir führen dann weiter Wenn wir keinen groben Fehler machen, werden wir es schaffen Wenn wir noch ein paar Meter vorgehen, können wir auch rechts oben Komm an die Reden Einziger Skirrischer, Nordwest, Steinformationen 100 Meter Aufrücken, hier ordentlich bilden Take game! Take game! Auf den einzelnen Feuer! Weihalten! 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 Westfale! Große Linie Norden Verstanden! Seh ich sie, ich seh sie Die Zug ist wieder zu rechts Die Norden Take game! Weihalten! Reload! Feuer! Feuer! Take game! Weihalten! Da waren ein paar Treffer dabei, wenn sie den können Norden! Charge! Sie kommen! Weihalten! Da kommen sie, die Meute Wir haben ein Laden noch drin Flaggen ist tot Der erste Rang lang Copy Гrupp Hey! Hey! Weihalten! Die Tasten sind komplett links und die Hüte hoch Copy, Charge! Riecht um Norden! Charge! Band drei! Band drei! Wartn! Du, recht, du, recht! Ist das alles, das! Nein! Schau! Ich habe übrigens noch ein paar abstechen können. Und unser Käpt'n musste ja Mundwerk aufmachen. Wenn wir jetzt keinen groben Fehler machen und schon ist der grobe Fehler da. Schön hierbleiben. Laden, Bayonets! Ich gebe den Käpt'n entschuld, er muss ja Mundwerk aufmachen. Das tat ja wohl richtig weh, der eine Typ, oder? Laden und Bayonets! Hast du eine Ahnung, wer so abgegangen ist? Das ist Stonewall, Double Point, Weber. Nein, das war Greenpoint und Lemuel. Kommt, Jungs, 2-Hanks voll in! Kommt, Leute, schneller! Oh, Alter! Bis es da gerade abgeht! Ja, hat Spaß gemacht! 2-Hanks voll in, Jungs! Bisschen Tempo, nicht einschlafen! Ja, Micky! Next up the quick, forward one, forward Marsch! Foreman, forward forward forward! Booster! Aber anscheinend haben wir uns gut abgewehrt. Ja, wir haben es geschafft. Aber noch 10 Minuten. Leute, noch ist es nicht vorbei. Kann noch einiges passieren. Nicht überholen. Private Scorpion. Und so? Ja. Kann ich jetzt einmal mitgelabt. Double. Wenn die nur passieren lassen, dass wir gleich ran können, dann die Logs wieder. Das hört sich an, als wenn wir zu den Eisenbahnen gehen. Du, du, X. X. Wir sind in den Valkon. Unser Motto ist doch Bahn frei. Thomas, die Gokobotive. Groß, los. Unser Sergeant Major wird schon beigebracht. Unser Motto ist doch Bahn frei. Das passt doch. Wieso bin ich eigentlich mal vorweber? Das funktioniert doch ganz gut aktuell. Hallo Richter. Bei mir bist du recht. Vor mir. Wir werden die Linie verstärken. Wir werden den zweiten Rang mit herstellen. Verstärken den zweiten Rang Jungs. Wir werden die Linie. Wir werden die Linie. Wir werden die Linie. Warte, wir werden feier oder feier halten. Feier halten. Feier halten. Feier halten. Take aim. North. No aim. Take aim. Scheiß, nichts davon. Feier halten. No. So, der große Stein Nordosten. Link noch. No, der hinter mir geht. Heißer. Hallo Geißer. Hallo Geißer. Vergellt. Der verdammte Punkt ist unser. Dem werden wir nicht hergehen. Ich vermute, dass sie sich alle Richtung Nordosten hinter diesen großen Stein dahin bringen. Wie lange sollen sie kommen? Dann kommen sie übers freie Feld und kriegen wieder eine Presse. Hey. Vergellt. Elke Sitzner. Feuer. Feuer. So, wir haben einen Händler. Wir haben extrem rechten Flanke. Wenn es zu viel wird ziehen sich zu euch. Langheiz zurück. Jungs. Kommen wieder Leute im Deck runter. Ohne Schau. Sturm von hinten. Wir kommen ein paar. Wir kommen ein paar mehr. Die kommen wieder. Kommen alle. Ja, Klaus noch aus. Hey. Der Gelb. Hey. Hey. Feuer. Die kommen nun mal näher. Weiterladen. Die kommen immer noch. Weiterladen. Wenn ihr geladen hat. Count The Charge. Count The Charge. Stecht sie all ab! Ich hab die Flagge! Hilfe! So schnell geht es! Ich hab versucht die Flagge zu retten, aber da war noch was! Alles gut! Dann machen wir wieder den Namen Stonewall-Weber alle her! Stonewall-Double-Point-Weber! Ja, ein Anführer der Linie auf jeden Fall! Mit Revolver? Negativ, Private-Uniform! Definitiv, Private-Uniform! So, Leute! Schnell mal eine 2er-Kulande draus machen, Jungs! 2er-Ranks fallen! Zweite Reihe auf die rechte Seite! Auf der linken Seite! Steht die Link schon! Passt schon! Nee, weil du hast dich verschoben! Ja! Einfach erstmal mitlaufen! Tobi! Mitlaufen! Ab-the-double-Quick! Ab-the-double! Das hab ich vermisst! Ja! Weiß ich! Da hat sich der Sergeant Major an die erste Linie schon wieder gedrängt! Sergeant Major, rechts höher bleiben! Bisschen mehr rechts! Weiß nicht, warum er sich immer in die erste Linie drängen will! Die sinkt bestimmt grad ein bisschen! Achso! Ich bin bei mir auch 10 Meter vor euch! Ja, du bist wirklich so drei Mann vor mir oder so! Zwei Mann! Sieht so aus, aber... Achso! Weber! Die Scouts haben uns jetzt von der Steinformation gelöst! Wir sind jetzt bei der Hauptlinie! Ich glaub, die werden jetzt nur noch durchbrechen wollen! Ja, die haben keine andere Chance, die Gegner! Sie müssen rein! Hirn-Hirn-Loses-Rein-Charge! Ja, typisch der Mechaner halt! Herr Richter! Ich stehe dir unsicher! Ja! Ich muss das Mikro rüchten! Ich weiße! Okay! Kommt, Jungs! Wir ran an die Linie! Verschärkte Linie! Verschärkte Linie! Verschärkte Linie! Feuer halten! Du brauchst mich nicht rauszudrücken aus der Linie! Feuer! 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 Boah, wer geht? Du sollst Feuer halten! Take it! Take it! Take it! Come on! Feuer! Rechts oben haben alle Steine! We cover arms! We cover arms! Wir werden gleich jetzt raus! Wir werden gleich jetzt raus! Los! 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 Take it! Take it! Wir werdenisions runter! Link ist am Stauen! Takin! Da ist Saug! Ab und vor! Stille! Hast du noch Hammer? Da kommt ihr Scharzen? Ja! Ich lasse jetzt schon wieder! Ach dann, der Scharge kommt! Ah, der Brinkar auch ist die gleiche! Tombäck! Take it! Take it! Logo nehmen! Take it! 2. Reihe, freier Schuss! Stand halten! 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 Natürlich hat es mich wieder umgelegt. Ist egal. Hauptsache die Linie bleibt stehen. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht der einzige, der da gestorben ist, oder? Aber beide sind auf Breaking, beide Seiten. Aber von der Zeit her gewinnen wir das. Ja, ok, den kennen wir nicht. Genau, wer das ist. Bin ich doch der einzige, der gestorben ist von der 20. Ah, bitter. Natürlich ich wieder. Der Streamer muss immer zuerst sterben. Ja, wieder typisch. Nachladen! Oh Gott, seid ihr viele! Das ist doch egal! Ich hab für meinen Offizier weggechargt. Ich hab nur gesehen, wie die 18. da vorne gefallen ist. Ich wusste nicht, dass das durch Schüsse war. Mal schnell zur Linie wieder rennen. Mit der Hoffnung, dass ich nicht unterwegs abgeknallt werde. Das wäre natürlich fatal. Ich bin nämlich out of line, soweit ich weiß. Ja. Und unsere Flagge liegt im Dreck. Ähm... Jetzt nicht mehr. Ok, die wurde aufgehoben. Ja, da steht sie wieder. Auf unserer Linie existiert noch. Das sieht nicht so aus. Das ist eine Feinflagge da hinten, die wegrennt. Doch, die Linie steht noch von uns. Nevermind, die ist tot. Was ist denn hier passiert? Oh Gott. Lass sie da genug ran! Laden, Jungs! Keine aus der Formation raus! Sind da immer noch welche? Wir müssen den Punkt! Ok. Ehrlich, ich bin leergeschoss. Ich melde dich. Richtig Ziel am Stall. Da ist auch ne Flagge, die spawnt da permanent. Ja. Oh, da wird knapp. Das sind nur ein paar. Ja, was machen wir jetzt? Ist die Frage. Nicht charge! Nicht charge! Nicht charge! Nicht charge! Hey! 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 Da verstecken sich ein paar Gegner hinter dem Stein. Weil er will? Da kommt ein scheiß Offizier! Kommt! Schlag an der Rechten! Schlag an der Rechten! Westfahrt ist gefallen! Westfahrt ist gefallen! Westfahrt ist gefallen! Feuer weiter! Hurricane du halten! Hurricane du halten! Ja! Was muss ich da jetzt weg holen? Ja! Ja! Ja, wir müssen die da weg machen! Wir müssen da hin! Jetzt müssen wir da hin! Jetzt müssen wir da hin! Okay! Seid ihr soweit? Achten wir! 20er! Wir müssen da rein! 20er! Wir müssen da rein! Schrauch! 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 Mal gucken, ob der Charge was geholfen hat. Ich hab auf jeden Fall zwei weggeschnitten und ich glaube, zwei angeschnitten. Ah, ja doch, ich glaube. Doch, wir cappen zurück. Super. Und der Nächste, der sechs Stunden gebannt wurde wegen Team-Damage. Alter. Der Charge war gut, endlich. Ja, genau. Ich glaube, ich kann nicht erst warten. Helfen, sofort hin. Auf geht's, Kaiser. Oh, ich lege. Wander, laufen. Wir müssen dir helfen. Wir müssen unseren Kollegen helfen. Wichtig. Ich hab nur nachgeladen. Ich hab eine Kugel geballt, die für mich. Wer sich nicht meldet, kriegt einen gepaddelt. Hier wird niemand gesteinigt, wo ich für diese Scheife geblasen habe. Und? Ah, wir haben das. Wir haben's. Guck dir die Cap an. Kannst du, dass das Weibsmolk anwesend ist? Nein. Was? Oh, das haben wir im Sack. Ah, das haben wir. Wir haben die Amis in den Tod getreten. Äh, ich meine in den Boden getreten, nicht in den Tod. Wander. Jawoll. Haltet die Scheiße. Jawoll. Wuh. Haha. 575 Leute weggeknallt. Ah, wir haben auch 523 verloren. Über 1000 Männer weggeknallt, ey. Insgesamt. Fast 1100 Männer. Haben wir, äh. Sind insgesamt verloren gegangen auf dem Schlachtfeld. Und jetzt kann ich hier noch was die Schlachtfeld. Sehr gut. Und mach das noch nicht vor.